Hey, mein Top 10 für ein cooles Zimmer. Erstmal ein großer Spiegel für coole Selfies und OOTDs. Macht eine Collage-Wand mit euren Lieblingsbildern. Klebt Polaroids mit euch und euren Freunden auf einen Spiegel. Mit einem Galaxy-Projektor lebt ihr unterm Sternenhimmel. Eine dimmbare Salzlampfe sorgt für gemütliches Licht. Ein Lichtervorhang macht einen richtig coolen Background für Fotos und TikToks. LED-Lights an der Decke verwandelt euer Zimmer in jede beliebige Farbe und Stimmung. Natürlich per Fernbedienung. Kuschelige Fälle verdecken im Nu jedes hässliche Möbelstück. Schaut den Babbeln der Lavalampe zu zum Entspannen. Und eine coole Neon-Leuchtreklame passt überall hin. Ich hoffe, das Show-Sort hat euch gefallen und abonniert sehr gerne meinen Kanal.